So und damit herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von The Drinking Dentist and Friends. Heute mit mir mal wieder. Ich darf euch heute was ganz besonderes vorstellen in der Zoogaststätte vom Zoo. Nämlich einen Italicus Spritz. Dafür habe ich den wunderschönen Italicus, einen Bergamottenlikör aus Italien. Und man sieht ihm auch sofort das italienische an. Du hast die blaue Flasche, die natürlich so ein bisschen für die Amalfi-Küste steht, in Säulenform. Ja, und es lebt einfach nach Italien, das Meer. Du siehst sofort Urlaub. Genau, für den Italicus Spritz brauchen wir natürlich erstmal ein schönes Rotweinglas. Ich mache es am Anfang immer so, ich fülle zuerst das Eis rein, weil dann haben wir ein bisschen das Schmelzwasser noch, was den Drink noch ein bisschen leichter macht. Der Italicus Spritz ist eh ein sehr sommerlicher Spritz, der sehr leicht ist, sehr erfrischend, gerade durch die Bergamotte eben. Wer es nicht weiß, Bergamotte ist eine Mischung aus Zitrone und Limette und ist da so eine kleine Kreuzung. Was ich als nächstes mache, ich nehme mir meinen Misch-Prosecco und davon so ungefähr 10 bis 15 CL. Dann kommt auch schon mein Italicus. Ich mache davon immer ein bisschen mehr, weil es ein sehr leichter Likör ist. Machen wir 6-11 vom Italicus. Dann garnieren wir das Ganze noch mit einer schönen Zitronenscheibe. Vorher nehmen wir uns aber noch unseren Soda. Auch nochmal einen kleinen Schluck einfach. Eine Zitronenscheibe. Und dann für die italienischen Aromen nehme ich noch ein bisschen Rosmarin und zwei schöne Blätter Salbei. So, und fertig ist der Italicus Spritz. Jetzt hole ich gleich noch den Tobi dazu. Ich mache noch den zweiten und dann probieren wir den einmal für euch. Damit haben wir jetzt unsere zwei Spritz fertig. Nochmal ganz kurz zum Italicus. Der wurde von Giuseppo Gallo entwickelt. Rund 2017, glaube ich, ist das her. In Italien. Und ja, der Alkohol hat 20%. Also eigentlich was schöner, lockerer Likör. Und durch die frischen Noten ist es auch gar nicht so schlimm. Jetzt holen wir einmal den Tobi dazu von der Zogaststätte. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Wir sind alle negativ getestet, also alles unter den Richtlinien okay. Und sagen, tschüss. Tschüss, ohne. Danke. Herrlich. Also es ist, man merkt, ich finde, du hast sofort die Frische drin, eben auch so, nicht zu Zitrusartige. Aber ich finde, die Kräuter kommen auch nochmal so ein bisschen, ich finde so ein bisschen Ecke voll. Das ist überraschend, dass die gleich so Geschmack abgeben. Ja, coole Sache. Ja, ich mag das ganz gerne. Bei mir, bei Drinks, viel auch mit der Nase zu arbeiten. Und dadurch, dass wir jetzt keinen Strohhalm, also ich finde Strohhalme bei Spritzgetränken furchtbar, dadurch, weil du gehst ja mit der Nase direkt ins Glas rein und hast dann natürlich sofort alle Aromen vollständig drin. Genau. Und das ist der Italikos Spritz. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.